Bitte helft uns. Bitte helft uns. Ich möchte einfach nur meinen Kindern zurück. Das hier hinter mir, das ist der kleine Logan. Und vielleicht kennt ihr ihn aus den YouTube-Videos oder Instagram-Stories seiner Mama Hellcat Annie, Annika Ball, die dort viele, viele Follower hat. Und jetzt ist den beiden das Schlimmste passiert, was Mama und Sohn passieren kann. Der Kleine wurde entführt, verschleppt nach Thailand vom Ex-Mann. Und genau dorthin sind wir jetzt gereist und haben uns auf die Spurensuche nach dem kleinen Logan gemacht. Es ist der Albtraum jeder Mutter. Das eigene Kind tausende Kilometer ins Ausland entführt. Kein Kontakt, kein Lebenszeichen. Seit mehr als drei Monaten ist Annika Ball genau in diesem Albtraum gefangen. Am 24. September entführt Annikas Ex-Mann den zweijährigen gemeinsamen Sohn Logan ins Ausland. Ich habe nur geweint. Ich habe nur geweint. Ich habe nur geweint. Ich lebe fast nur in Hilflosigkeit und kämpfe mir wirklich einen ab.